herr was geht heute wollen wir mal wieder zu wieder mal lassen aus wie vorgestern ja das ist aussehen was würde ich hier annehmen gut und drücklichen liegen wir los und eindeutig hamburger die weil es gerade durch die europäische das ist die letzte Wunsch da habe ich die Nase voll davon aber so wie schon die Geburt aus nämlich das mal Fanta? Sprite? Wie geht? Onion Rings? Aber liegt vielleicht daran, dass ich kein wichtiger Motto-Tag-Lästig gesessen habe. Gummibär, eindeutig. Ja, Pizza. Ah, Rosenkohl. Was in Brüssel bekommt? Hä? Shrimp. Gleiche. Kommt davon, was weniger ist. Ja. Würdest du lieber essen apple pie oder chocolate cake? Hm, mal überlegen. Ja, ich nehme Apfelkuchen diesmal. Keilus auf Schokolade. Nein, ich nehme an. Nux? Oder Krabbeljau? Wirklich, Krabbeljau. Ja. Was für cinnamon rolls? Das sind Schnecke-Nudel. Ich nehm Schnecke-Nudel. Ich nehm Schnecke-Nudel. Ich nehm Pringles. Ich nehm Pringles. Sind aber alle überteuert. Oh, da geht so ein Sandwich, oder? Na, ich nehm Sandwich. Kann richtig geil sein, Sandwich. Beides geil. Aber ich nehm Curly Fries. Das war was eueres. What about this one? Donuts? Or Cookies? Hm, Donuts. Der eine ist ein Berliner. Wild. Egal. Tee, eindeutig. Nutella. Or Peanut Butter. Nutella, oder? Er hat das Butter. Ich nehm... Nutella. Hm. Number 20. Red Bulls. Or Mountain Dew. Ja. Mountain Dew. Hm. chicken wings. Es hat das schon gesagt. Chicken wings habe ich das schon gesagt. Chicken wings, ich möchte ganz schlitzel hin, exercising wолодkuchen. Ich нужен ur heading in den zweiten R Hearing. Beim Thema tägliches. Mieter was andersrums das ist von Kuchen für Waffel Wettbewerb der Städte Wettbewerb Oberbewerb Nächsten und die gebackene Kartoffeln Banane. Hä? Pokeball oder Salat? Keine Ahnung, beides täglich. Hä? Ich nehme Steak. Beides gerade aber. Wohle, das habe ich nichts, aber hier nehme ich beides. Hä? Would you rather eat Cupcake or Muffin? Ich lasse nicht das gleiche. Muffin diesmal. Raspberries or Strawberries? Hm. Himbeer. And finally, Yoghurt or Milk. Kommt dran, drauf an. Ah, diesmal mache ich Milch. Ja. Okay, sind wir schon am Ende. So. Hm. Hm. Ich bin da mal für's Husein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir den Video ein Like. Abonniert mich, wenn ihr das schon nicht habt und wir sehen uns morgen wieder. Na. Hm. Hm. Wenn ihr begrüßt wer wollt, schreibt's nur noch rein. Oder sagt mich auf die Straße oder so. Ja. Ja. Das war so ein bisschen die Zeit zu strecken. Hm. Ah, halbe Minute. Hm. Hm. Das gibt's von uns noch. Ah, ich finde es schon, 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 schon. Ich sag's. Tschüss. 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 Još. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020